Hallo, da sind wieder die Pimmel von BW Play. Pimmel, Pimmel, Pimmel. Er hat Pimmel gesagt. Scheiße, die kommen, die kommen. Das werden immer mehr, die kommen. Du kommst auch gleich, ey. Dann bau das doch zu. Denken wir auch einen Action haben. Ich dachte wir machen jetzt fertig. Die machen uns fertig. Pimmel den jetzt an und dann verpiss ich mich. Dann machen die dich alle. Ja, kannst du machen. Wie der aussieht, ey. Die sind so groß, wenn wir die zubauen, dass wir nur ein kleines Loch haben und die dann anpimmeln. Aber ist ja die Pimmel-Folge, ne? Dann können die uns nicht treffen, vielleicht. Ja, dann mach das doch. Aber die machen uns trotzdem alle. Mach richtig, ob sie die anernten hinten, Connor. Sind wir ja fertig, vielleicht. Ja, mach das mal. Ich bleib hier vorne stehen und komm dann erst nach hinten wieder. La 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 la. Blöd ist, dass die Extraktoren dann immer kaputt gehen, ne? Dann musst du immer wieder neue bauen. Da musst du neue bauen. Ich hab jetzt 18 Obsidian. Aha. Das war schon ein guter Anfang. Ich hab 27. Wie 27? Wann hast du die denn geholt? Hab ich einfach. Ich sammle die ganze Zeit hier aus den Dingern welche raus. Von da hinten kommt auch noch so ein zweibeiniges Viech. Oh, hier ist noch ein Block, guck mal. Ja, ich hab aber keinen Extraktor mehr. Was willst du denn jetzt noch da? Ne, aber dann soll man hier nochmal hinkommen vielleicht. Oh ja, wir können auch mal woanders hingehen. Hast du die anderen Dinger schon alle eingesammelt? Die sind alle eingesammelt, ja. Dann lass uns schnell gehen. Pass auf, da oben ist ein... ...so ein Viech. Hinter uns kommt auch ein Viech. Ich bin schon weg. Es lädt, es lädt, es lädt. Oh scheiße, 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 scheiße. Nein, noch einer. Wo bist du hin? Ich hab mich wegteleportiert. Wir sind doch fertig da. Darf ich laufen zum Tele... Ne, scheiße, dann werd ich... Ach, da brauchen wir noch... ...Brennstoff. Boah, ist echt fast gestorben. Mist. Okay, das geht weg. Ach, da muss er so ein Obsidian brennen lassen, ne? Ja, bin ich schon bei. Okay. Ich hab nicht genug Zündstoff. Ja, die sind... ...hier hab ich doch Holz reingepackt in die Kiste. Warte, welche denn? Hier ist doch Holz drin. So. Das ist schon mal gut. Hier sind andere Facken. Coal Torch. Die sind wahrscheinlich heller, ne? Hm. Haben wir noch einen zweiten Ofen? Ne, kannst du aber nicht, ne? Ja, ne? Macht ja Sinn. Hast du schon einen gebaut? Glaub nicht. Ach, Stone Slap und Wood Slap fehlen mir da. Wie sieht das denn bei dir aus, das Symbol? Ist ja so ein Stern mit einer blauen Ecke. Was meinst du? Wenn du in deinem, in dem Baumenü bist. Dann ist doch der Ofen da. Ja. Dann hast du unten die Rechtecke, ist dann grau. Und oben links blau mit so einem Stern. Oder ist das komplett grau? Ist das komplett grau? Ja, dann bau den nicht, dann bau ich den. Dann hast du den schon gebaut und ich nicht. Okay. Dann brauchen wir dafür, warte mal. Stone Slaps und Wood Slaps. Und ein paar davon habe ich, die kann ich hier reinlegen. Ja, ich guck gerade auch nicht. Äh, Wood Slap habe ich hier zwei. Und Stone Slap habe ich vier. Die liegen da drin, in der Kiste. In der ersten Steinkiste. Ja, ich sehe. So, da muss ich mal eben den Rest machen lassen. Ja, ja. Weil da müssen wir drauf achten, dass wir nicht alle immer die gleichen Sachen bauen. Ne, klar. Dass der andere die Sachen dann auch baut. Gerade bei diesen Werktischen und so. Das ist ja extra so gut markiert, ja. Habe ich gerade festgestellt. Mhm. Die anderen Dinge hast du aber schon gebaut, ne? Also hier diesen Prozessor und das andere Ding. Also ich habe beim, beim, ja, warte, Prozessor. Den Prozessor habe ich gebaut, ja. Ich habe bei dem Crafting Table noch so einen Stern. Äh, den habe ich auch noch nicht gebaut, tatsächlich. Stimmt. Teleporter. Habe ich einen Stern. Teleporter habe ich auch noch nicht gemacht. White Beacon habe ich einen Stern. Ja, den habe ich auch einen Stern. Ja, und das war dann. Haben wir ja gar nicht das Zeug. Ah doch, haben wir wohl. Glas. Na gut. Was haben wir da noch? Iron Mining Cell. 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 Forge. Kraft. Habe ich ein Steinschwert oder ein Holzschwert? Ich habe ein Steinschwert. Dann gleich mal gucken, ich weiß das gar nicht. Ah, Rüstungen, ne? Genau. Kann ich den, kann ich den da nicht verletzen? Ähm. Warte, was brauche ich denn für eine andere Anrüstung? Die Bude ist schon wieder zu klein, ey. Ich habe ein Holzschwert, kein Steinschwert. So, zweiter Ofen. Sehr schön. Hast du noch einen Leder? Äh. Äh. Ja. Keine Kisten, aber kein Leder. Scheiße. Ich möchte reingelegt in die Kiste. In die erste. Okay, danke. Was ist denn da noch drin eigentlich? Seile, Farbstoffe, die Mützen, was ist das denn? Ach, die Todesstatue, okay. Okay. Kohle, okay. Aber am besten gehen wir mal noch ein paar Typen klatschen, weil für die anderen Sachen brauche ich eigentlich auch nur Leder. Ja. Ja. Wie viele Leder brauchst du denn noch? Ne, ich habe jetzt die erste Rüstung komplett, ich habe die für die zweite meine ich. Welche zweite? Hä, was ist denn jetzt noch? Die, ähm, die zweite Stufe dann. Also. Also da sind ja, warte. Die erste Stufe heißt ja Leather, Armgards und so weiter. Ja, ja. Und der zweite heißt dann Obsidian. Ja. Ja. Ja gut, da brauchen wir Klappe auch mal der Leder für. Genau. Ein bisschen hell aus, ne? Ah, Seile, haben wir doch. Perfekt. Kann ich mir das ja bauen. Ich brauche nur ein Schwein. Oder eben so, da unten, nur ein grünes Fisch. So. So. Ja, wir brauchen auch diese, diese Krabben. Die brauchen wir für alle Obsidian-Dinge. Ja. Oh, hier war was Neues drin. Was? Sinef, das hatte ich noch nicht. Sinef? Ja, das ist auch so eine Schnur. Ach so. Das heißt doch nicht Sinef, Junge, das ist Englisch. Das weiß ich. Hab ich auch extra gesagt. Ja, Sehne ist das. Ich dachte, du redest hier Deutsch mit mir, du Pimmel. Na, ich glaube, die hatte ich aber noch nicht so eine. Das weiß ich nicht. Also auch 19 Stück hab ich davon. Ich muss mal auf den Strand. Ja, ja. Das kriegst du auch bei jedem Schwein. Da hab ich's auch noch nie gesehen, das ist nie aufgefallen. Uh. Mal tauchen. Ne, doch nicht. Kein Bock mehr. Dirt. Wanna get dirty. Oh. Na, na, na. Das ist mein ganz eigenes Lied. Oh, dreckig. Oh, hier ist ne Kiste, direkt vor unserer Haustür. Echt? Na, ich glaub, die spawnen, ne? Kann sein, dass die hier mal spawnen, ne? Kann sein, dass die hier mal spawnen, ne? Kohle, Gunpowder, rote Pilze. Ja, da ist auch ne Pilze, äh, ne Pilze. Da ist auch ne Pilze. Ne Kiste. Na, die scheint zu spawnen dann zwischendurch. Kann nicht sein, was ist denn hier? Ja, hier vorm Haus hier hätten wir doch schon lange gesehen sonst. Gunpowder. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Ich übersehe Kisten auch gerne, weißt du doch. Ich guck dir aber auch nicht nach, ich suche aber, ich suche meistens irgendwas bestimmtes und dann seh ich auch nix anderes. Ja, aber ich seh sowas doch. Ja, weil du gierig bist. Das kann schon sein. Boah, was ist das denn für ein Vieh, ey? Das ist so ein Steinmann. Ah, der gibt mir bestimmt auch's malen, wenn ich mich mit ihm andenge. Ich will so ne Krabbe finden, verdammte Scheiße. Ey, die findest du die ganze Zeit, ne? Ständig gehen dir die auf die Eier, aber weh, du suchst die. Alter, das ist ein Schwein. Da krieg ich mein Leder. Da findest du keine einzige. Die müssten doch hier im Sandgebiet sein. tap 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 tap, tap 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 tapp itap tap itap. Ja, voller Seh da! Ist da das da? Das ist auch nur Stein, okay. Steine sehen ja teilweise ein bisschen zu ähnlich aus. Ja, das kann man... Ja, vor allen Dingen im Dunkeln, finde ich. Da kann man überhaupt nichts erkennen. In den Höhlen und so, das ist voll schlimm. Ja, die Fackeln leuchten dafür einfach viel zu wenig. Das ist das Blöde. Ja, das animiert natürlich dazu, dann Fackeln zu entwickeln, die besser leuchten, ne? Ja, ich würde welche bauen, aber... Wir haben, glaube ich, nicht so viel Kohle. Und ich weiß nicht, wo wir Kohle... Da müssen wir, glaube ich, auch Krah extrakten, ne? Ja, ja. Und das ist halt... Wenn wir nicht so viel Kohle haben, dann will ich die halt nicht verschwenden. Für ein paar Fackeln, die du dann irgendwo in die Höhle stellst und nie wieder aufsammelst. Aber die kann man auch wieder mitnehmen, die Fackeln, ne? Ja, klar, kann man. Kann alles wieder mitnehmen, aber... Du sammeln, dann müsstest du ja jedes Mal wieder die Fackeln einsammeln. Ach, hier ist nochmal... Okay. Eine Kiste ist jetzt nicht so geil, aber immerhin... ...besser als nichts. Was soll ich schon lange nicht mehr gesagt haben? Was denn? Pimmel? Ja! Komm her, du Schwein! Da ist noch ein Pimmelschwein, genau. Ich wollte das gerade sagen. Ey, ich find hier keine einzige Krabbe. Aber in der Kiste nochmal, geil. Zuck. Ich hab haufenweise Gunpowder. In jeder Kiste ist Gunpowder, ey. Da findest du zumindest Kisten, ich find gar nichts mehr hier. Ich hab jetzt drei Kisten gefunden. Ich suche aber die ganze Zeit Krabben. Ich find aber keine einzige. Und gleich, wenn ich die nicht suche, dann gehen die mir wieder alle auf den Sack. Dann töte ich halt die Schweine. Beine suche ich. Oh. Ich hab ne Warnung gekriegt für meine... ...Brustrüstung und meine Armschäme. Oh, da war ne Krabbe. Aber ne Todes... ne böse Krabbe. Todeskrabbe. In schwarz-blau. Mit der will ich mich dann auch nicht anlegen. Die ist bestimmt noch gefährlicher. Hast du deine, ähm... Oh, noch ein Schwert ist kaputt, ich hab nen Holzstruck, scheiße. Hast du dein, ähm... ...deine Rüstung schon komplett? Ja. Weil dann nimmt man noch deutlich weniger Schaden. Ja, ich hatte eben noch die Beine gebaut, da fehlte mir noch ein Seil. Treffe mich aber auch nur einmal meistens, die Schweine. Ich will aber ja jetzt, wie gesagt, ich bin auf der Suche nach Krabben, damit wir die Obsidian-Rüstung bauen können. Da brauchen wir aber von den Dingern die Köpfe. Weißt du, wofür die Torn-Journal-Patchs sind? Nein. Davon hab ich mich schon zwei. Ja, hab ich auch eben in der Kiste gefunden. Kann man da irgendwas mitmachen? Keine Ahnung. I should just pull her power cell. Ich glaub da steht immer was drauf, kann das sein? Ja, natürlich, aber... Is he rebelling and not speak? Ja, aber sonst kann's ja glaub ich nix mit tun. Das ist mehr wie so'n Tipp immer, weißt du? Der da... drauf steht. So'n hinten, ja. Aber ich versteh' das nicht. Ich versteh' den Tipp nicht. Vielleicht macht's auch keinen Sinn, weil das ja zerrissen ist. Und nicht später ein Stück. Weißt du? Wenn du das komplett hättest, dann wird das Sinn ergeben. Keine Ahnung. Oh. Oh, das ist wieder so'n Steinmann. Nein! Nein! Töte mich nicht, du ungläubiger Bastard! Kann man eigentlich bl... Oh! Der schmeißt mit Steinen in den Sack. Ah cool, die Heilkette. Du kannst ja einen Kack fressen. Ich glaub das ist gut. Kann der jetzt mal verrecken? Ah, tot. Ich hab' jetzt so'n Schweinekopf. Das Devil heißen die. Okay. Und ein Kaktus. Und ein Knochen. Weißt du wo man die Rocks... Rocks bekommt? Was? Rockstarrock. Oh, Junge. Was erzähl' ich denn die ganze Zeit? Ich such' die Krabben, Junge. Ich weiß nicht wo die sind. Das ist aber doch ein Stein. Das ist doch nicht mal ein Krabben. Das ist der Kopf von diesen Krabben. Hä? Glaube ich. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich geh' davon aus. Weil wir haben noch nie ne Krabbe getötet. Ich hatte davon aber zwei bei. Weil ich konnte nur ein Teil bauen. Ja, vielleicht hast du da auch schon mal Krabben getötet. Kann auch sein. Als ob ich schon mal ne Krabbe getötet hätte. Ja, ich weiß halt nicht. Das such' ich ja die ganze Zeit. Ich weiß nicht wo die sind. Die müssten eigentlich am Strand sein. Also wo... Also was ist das Sandgebiet? Würde ich jetzt vermuten. Wollte man mal einen, ne? Ich weiß es aber nicht. Ich find' keine. Da bin ich jetzt auf der Suche, damit wir die Obsidian-Scheiße bauen können. Weil du brauchst für jedes Teil zwei Köpfe oder so. Also zwei dieser Rocks. Also diese Steinviecher mit diesen Irokesen solltest du dich nicht mit anlegen. Die sind ziemlich... Ziemlich fies. Ja. Hast du aber platt gemacht. Ja, mit Heildrenken halt. Kannst du ja im Kampf nimmst da einfach die Heildrenke, dann ist gut. Ja klar. Ja, die hab ich auch immer rechts ausgerüstet direkt schon. Ja. Muss ja nochmal ein neues Schwert bauen jetzt hier gerade. Ja, meins ist auch gleich kaputt. Weil meins ist gestorben. Ja, das ist natürlich scheiße. So, da haben wir da aber eigentlich nicht. Keine Ahnung, ich find hier keine Locks, das. Vielleicht sind die aber in den Bergen. Weiß ich nicht. Wo es Steine gibt. Macht ja vielleicht Sinn, weil die ja Rockstar heißen. Ich kann mal wieder nach Hause. Hier finde ich keine. Und wir haben auch schon wieder die Folgen. Das Folgenende erreicht. Oh, jei, 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 jei. Das musste ich noch loswerden. Dann warten wir noch kurz. Das müsst ihr jetzt aushalten, bis der Ladebild schon vorbei ist. Geil. Jetzt beenden wir die Folge mit einem Schlag auf der Heildoberg. Nein. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020